...training, aber nicht für Schauspielerei und das zu Recht, wie man hier sieht. Und wenn er sagt, das hat nichts mit Nauert Mayer zu tun, ich würde sagen, der hätte dagegen sogar noch einen Preis verdient gehabt im Vergleich. Ja, das war schon Schauspielerei. Nein, das war es eben nicht. Aber ich meine, man muss schon die Frage stellen, warum, ja? Warum? Aber ich glaube, das werden wir heute nicht mehr gründen. Naja, er schämt sich wahrscheinlich selber für die Aktion. Er hat es versucht, zurechtzurücken.